Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Wenn man versuchen würde, bei Mercedes derzeit irgendwie etwas Positives zu finden, was würde euch da spontan dazu einfallen? Wahrscheinlich genauso wenig wie Trotto Wolf, der sich derzeit schlichtweg ratlos zeigt. Lewis Hamilton frustriert, ja und auch George Russell, der weiß auch nicht so recht, was er sagen soll. Bei Lewis Hamilton zum einen, er sei das beste Auto, was er seit längerer Zeit fährt, und auf der anderen Seite kommen diese desolaten Ergebnisse bei rum. Trotto Wolf, der schlichtweg einfach keine richtigen Antworten findet und immer wieder mit den gleichen, naja, mit den Worten versucht, die Sache irgendwie schön zu reden. Mit Christian Danner und Martin Brantl gibt es gleich zwei Formel-1-Experten, die in diesen Tagen sehr hart mit den Silberpfeilen ins Gericht gegangen sind. Was die beiden unterschiedlich voneinander gesagt haben zur aktuellen und anhaltenden Mercedes-Krise, darauf klicken wir jetzt bei uns in der Sendung. Ja, ein düsteres Bild gibt Mercedes da derzeit von sich ab, wobei derzeit relativ ist, eigentlich schon seit 2022, und seither zieht sich das wie eine rote Linie durch. 2022 gerade einmal einen Erfolg, einen Doppelsieg von George Russell und Lewis Hamilton. Ansonsten große Probleme, das Auto zu verstehen, große Probleme auch gerade, was das Bouncing betrifft. 2023 die Hoffnung, dass endlich alles besser wird, und was folgte war, wieder keine Verbesserung. Trotzdem schaffte man es immerhin als Vize-Weltmeister in der Konstrukteurswertung, die Formel-1-Saison 2023 abzuschließen. Nun also, im dritten Anlauf sollte es endlich wieder gelingen, zurück an die Spitze, zurück zum Erfolg. Doch es scheint eher so, als habe Lewis Hamilton geahnt, als er mit Ferrari über einen Deal sprach, gewusst zu haben, dass auch 2024 es nicht arg viel besser verlaufen wird. Und was soll man sagen, nach den ersten vier Rennen ist es genauso eingetreten, wie wahrscheinlich er es vermutet hat. Und damit eben willkommen bei uns zur Sendung. Christian Danner hat sich jetzt in diesen Tagen nämlich bei der Servus-TV-Sendung Sport und Talk aus dem Hangar 7 über die Entwicklungen bei Mercedes gesprochen, beziehungsweise sich darüber geäußert, und vor allem auch ziemlich kritische Worte gefunden, was die anhaltende Mercedes-Krise betrifft, und zeichnet demzufolge auch ein ziemlich düsteres Bild über das einstige Top-Team. Ja, was sagt denn eigentlich Christian Danner zu dieser aktuellen Situation bei den Silberpfeilen? Seine Antwort, das ist natürlich schon eine Katastrophe, was wir da mitverfolgen dürfen. Nicht nur Hamiltons Standpunkt, dass er sich einen abfährt und nirgends ankommt, auch was das Team angeht. Und mit einem Teamschiff, der auch nicht mehr so richtig weiß, was er sagen soll. Er ärgert sich schon. Auf der anderen Seite sagt er aber, wir waren ganz gut im Suzuka. Ja, und gerade diese Aussagen auch, die Lewis Hamilton getroffen hat, die so ein bisschen im Widerspruch stehen zu dem, was man eben auch auf der Strecke sieht, aber auch vor allem die Aussagen von Toto Wolf, haben Christian Danner, dem RTL-Formel-1-Experten, doch sehr verwundert, wie er nämlich zum Ausdruck bringt mit den Worten, Als ich den Toto nach dem Suzuka-Rennen gehört habe, da habe ich mich gefragt, ob er vielleicht einen anderen Grand Prix geschaut hat. Man muss die Wirklichkeit einfach mal sehen. Ferrari hat sich nach vorne entwickelt und Mercedes ist das Ferrari der Saison 2024. Und sagt weiter, Was macht man da? Wenn ich ein Auto habe, das sich schwer fahren lässt und nicht sehr schnell ist, dann mache ich eine Strategie, die manchmal ein Schmachen ist. Warum? Weil ich hoffe und versuche, einen Lucky Punch zu setzen, mit Renngurt oder Safety Car oder sonst was. Dann hat es vielleicht funktioniert. Genau das hat Ferrari im Vorjahr gemacht. Dann hat man sie, da hat man sie dann in die Pfanne gehauen und gesagt, sie wissen nicht, was sie machen. Sie haben das aber ganz genau gewusst. Aber nach einer Runde auf ein Stop-Strategie zu setzen und noch dazu mit harten Reifen und so weiter, das war eine Verzweiflungsaktion und sind Dinge, die zeigen, wie desolat es da ausschaut. Ja und in dieser Talk-Runde, in der Christian Danner, der eben saß, hat er sich auch zu den Spekulationen, die es ja seit Wochen gibt, dass Max Verstappen im nächsten Jahr für Mercedes an den Start gehen könnte, geäußert. Das Ganze kam ja im Zuge dieser seit neun Wochen anhaltenden Affäre um Christian Horner auf. Und dazu sagt er, der Toto hat ja ganz klar gesagt, den will ich. Was soll er denn machen? Was ihm sicher fehlt, ist der Niki Lauda. Er hätte ihn da durchgeführt. Toto hat ein Ero-Team, auf das er sich verlassen muss. Man sieht sehr schön, die wirklich wichtigen Dinge werden vom Prinzipiell koordiniert. Aber gemacht werden die Autos nicht vom Prinzipiell. Fahren muss dann der Fahrer das, was da steht. Da kann ein Christian Horner managen, was er will, das Auto geht. Bei Toto ist das im Moment das Problem. Und seine Fahrer sagen auch, sie sind lost. Ja, das ist eine nette Umschreibung. Man ist oder man empfindet sich oder das Ganze als ziemlich verloren. So scheint es auch vor allem mit Blick auf die Konstrukteurswertung nämlich zu sein. Ja, und gerade auch seit letztes Jahr bei Mercedes hat sich der siebenfache Weltmeister natürlich mit Quiz ganz anders vorgestellt. Aber ist eben, wie schon angesprochen, wahrscheinlich vor seiner Unterschrift bei Ferrari womöglich schon geahnt. Ja, und die Bilanz nach vier Rennen für Lewis Hamilton, die zieht ziemlich mau aus. In keinem der bisherigen vier gefahrenen Rennen kam Lewis Hamilton über einen siebten Platz hinaus. Beim letzten Grand Prix in Japan, in Suzuka, war es gar nur Platz 9. Und zwei Wochen zuvor in Australien in Runde 17 mit einem kapitalen Motorschaden ausgefallen. Ja, und mit Blick auf die Konstrukteurswertung steht Mercedes so schlechter wie schon seit Jahren nicht mehr. Gerade einmal 34 Punkte und das bedeutet derzeit Platz 4. Aber der scheint auch schon ziemlich in Gefahr zu sein. Denn da lauert nämlich direkt dahinter das Aston Martin Team, dass nämlich nur einen Zähler auf Mercedes derzeit fehlt. Und man darf nicht vergessen, Mercedes war 2023 immerhin Vize-Weltmeister in der Konstrukteurswertung. Ja, aber warum tut sich denn Mercedes auch im dritten Jahr so unfassbar schwer? Und warum finden Sie eben keine Antworten? Da wurde eben auch Martin Brundle, der frühere Formel-1-Fahrer und heutige Formel-1-Experte im Podcast von Sky Sports F1 gefragt. Und er sagt, Sie müssen dieses Auto verstehen. Und ich denke, das ist eine große Sorge für alle Menschen dort, dass das nicht klappt. Denn Mercedes habe eigentlich, so geht es weiter, eine Menge sehr kluger Leute, die über eine riesige Menge an Ressourcen, Performance-Tools und ein großes Budget verfügen. Und wenn die nicht wissen, woran es liegt, dann kann ich es auch nicht sagen. Und weiter, Sie bekommen diese Boden-Effekt-Fahrzeuge einfach nicht in den Griff. Ihr Problem ist, dass das Auto von Zeit zu Zeit wunderbar funktioniert und sie phasenweise wirklich ziemlich schnell sind. Aber Sie können das nicht von Session zu Session reproduzieren, geschweige denn von Tag zu Tag, geschweige denn von Grand Prix zu Grand Prix. Ja, und Martin Brundle beschreibt die Situation eben auch so, dass eben Mercedes immer auf Messerschneide unterwegs sei und sagt, immer wenn man denkt, Sie haben das Auto im Griff, können Sie jetzt kurz danach nicht mehr verstehen. Wenn man in dieser Situation ist, wenn die eigenen Werkzeuge und all die klugen Leute nicht mit der Stoppuhr und der Leistung anderer Autos auf der Strecke korrelieren und man nicht herausfinden kann, warum, dann ist das wirklich frustrierend und ich würde sagen, sehr beunruhigend. Also auch da, wir sehen es, beziehungsweise wir hören es, auch da ein sehr düsteres Bild von Martin Brundle, aber eben auch das von Christian Danner. Alles andere als nur ansatzweise rosig. Schwierige Zeit, die Mercedes da aktuell durchmacht und vor allem eben auch gerade diese anhaltende Krise, kann es unter anderem dem Team auch so schwer machen, einen, ja wirklich geeigneten Nachfolger für Lewis Hamilton bei Mercedes zu finden. Denn ein Max Verstappen, den kann man augenblicklich eher schlecht damit überzeugen, denn ein Max Verstappen will weiter Weltmeister werden. Und das ist gerade das, was Mercedes nicht bieten kann. Nicht einmal Siegel, nicht einmal ein Podestplatz, all das wirklich in weiter Ferne. Und wer soll sich da schon drauf einlassen? Höchstens ein Fahrer, für den ein Engagement bei Mercedes eher ein Upgrade wäre. Für alle anderen wäre es eher ein Downgrade. Aber auch bis jetzt immer noch die Ratlosigkeit weiter anhaltend bei Toto Wolf. Und auch nicht klar, ob es beim nächsten Grand Prix in gut einer Woche in China, ob es dann besser aussieht oder ob man dann mit den nächsten Problemen zu kämpfen hat. Aber solange Lewis Hamilton sagt, das Auto ist besser als je zuvor, ja, dann muss auch er mal darüber nachdenken, was damit genau eigentlich gemeint ist. Viele Fragen, viele offene Baustellen bei einem Team, das über acht Jahre lang die Formel 1 regelrecht dominiert hat. Wo ist das all, wo ist all das hin? Wo sind auf einmal all diese Fehler gemacht worden? Dann liegt es am nicht mehr so neuen Reglement. Allerdings bis 2026 könnte es dann wiederum auch bedeuten, dass man weiter in dieser Krise mitfahren muss oder vielmehr hinterherfahren muss. Ein Ende dieser Krise für die Silberpfeile noch lange nicht in Sicht. Und wer soll es lösen? Auch das weiß keiner. Eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Was empfindet ihr oder was haltet ihr von dieser aktuellen, seit fast drei Jahren andauernden Krise bei den Silberpfeilen? Wer wäre da der richtige Fahrerseite? Also wer könnte Lewis Hamilton da idealerweise ersetzen? Und ist Toto Wolf noch der richtige Teamchef? Und welche Leute bräuchte denn Mercedes? Also wo Mangel ist denn? Gerne mal untereinander über dieses Thema diskutieren. Und dann freuen wir uns auf eure Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Besten Dank fürs Vorbeisein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und nicht vergessen, Daumen hoch und abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Formel 1 Nüsse hier bei Champ1 verpasst. Macht's gut, bis bald und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Champ1 zeigt's allen.